Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner, liebe Freunde, 2021 beginnt spannend. Wir haben uns nämlich Großes vorgenommen. Unsere Vision ist es, unseren Markt nachhaltig zu verändern und unsere Führungsrolle für nachhaltige, gesunde Designteppichböden weiter auszubauen. Dafür wollen wir in den nächsten Monaten und Jahren weiter viele große Investitionen tätigen, um damit unseren bereits begonnenen grünen Weg weiter fortzuführen, weiter innovative Designprodukte in den Markt zu bringen und unseren Kundenservice auch noch weiter auszubauen. Dafür wollen wir unsere Stärken weiter stärken und unsere Kompetenzen bündeln. Ganz konkret heißt es, unsere Familie wächst und rückt näher zusammen. Die beiden Schwestenfirmen Object Carpet und Tukan T werden ein Team, eine Familie und eine Firma unter einer starken Marke Object Carpet. Wir bringen damit zusammen, was zusammengehört und ebnen den Weg für eine erfolgreiche, nachhaltige Zukunft. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns diesen Weg gehen. Wir sind für Sie da.